Der Hund, ein bisschen so ein Gleitner, fängt öfters an zu bellen, beim Weitsprung sollte er schneller Platz gehen. Bei der Lenkbarkeit auf Distanz, auch hier sollte der Hund sich ruhiger verhalten, lässt sich aber prinzipiell gut leiten. Beim Drang übergeben, auch hier das Bellen vorher und für den Aussprung sollte der Hund nicht zwei Hörzeichen benötigen. Der Hund, ein guter Abett mit 12,5, gutt 42,5. Der Hund, ein guter Abett mit 12,5, gutt 42,5. Der Hund, ein guter Abett mit 12,5, gutt 42,5. Der Hund, ein guter Abett mit 12,5, gutt 43,5. Der Hund, ein guter Abett mit 13,5. Der Hund, ein guter Abett mit 13,5, gutt 42,5. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut. Gut. Gut, gut, gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020